Hallo zusammen, ich bin Lara. Ich bin momentan im dritten Lehrjahr aus Fachfrau Gesundheit. Ich arbeite in Zonenpflege im Ausziehen. Ich bin froh, dass ich euch heute mitnehmen und etwas von meinem Alltag zeigen kann. Kommt mit! Mein Alltag ist immer sehr abwechslungsreich. Manchmal kommen Notfallsituationen dazu, manchmal mehr medizinisch unterwegs, manchmal mehr Betreuung oder die Tagesstruktur. Wir passen uns an den Bewohner an, je nach Wunsch und Bedürfnis. Wenn du die Lehrausfragen machen willst, finde ich wichtig, dass man empathisch ist, teamfähig sowie auch verantwortungsbewusst. Besonders wichtig finde ich, dass man die Bewohner und Gesundheit im Zentrum sieht, dass man mit Lärmung arbeiten kann. Wir Lernenden werden im Betrieb sehr gut unterstützt, indem wir Lernzeiten haben, wo wir unsere Sachen erledigen können. Lernwegstatt, dort werden verschiedene Themen besprochen. LAGs, wo man mit weiteren Lernenden praktisch arbeiten und damit auch profitieren kann. Und zum Schluss noch die Lernbegleitungen, die wir zusammen monatlich haben. Ich habe mich hier für die Lehre in Wohn- und Pflegeheim UZIG entschieden, wo man hier viel zur Medizinaltechnik lernen kann. Wir sind viel Lernende, was auch ein Vorteil ist, dass man zusammen lernen sowie auch voneinander profitieren kann. In der Hälfte der Ausbildung findet der Abteilungswechsel statt, weil es uns die Möglichkeit gibt, in einem anderen Fachbereich zu schauen. So wie z.B. in einer geschlossenen Demenzabteilung. In meinem Beruf macht es mich sehr glücklich, wenn ich den Arbeitstag reflektiere und merke, wie dankbar die Bewohner sind und mega Freude haben, wenn ich zu ihnen komme. Ich mache es auch sehr stolz, dass ich die Bewohner einen guten und angenehmen zu einem Netzzustand ermöglichen kann. Ich hoffe, dass du einen guten Einblick in meinem Alltag und in meinem Beruf mit spannenden Kompetenzen hast. Wenn du Lust hast und interessiert bist in einer schönen Umgebung und in einem grossen Betrieb die Lehre anfangen, dann komm doch vorbei. Bis bald!